Markus Ueau ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Vereinskarriere Ueau gab bereits als A-Jugendlicher bei Bayern 05 für Dingen am ersten Spieltag der Saison 1993, 94., dem 28. Juli 1993 seinen Einstand als Abwehrspieler in der zweiten Liga. Bei der 0-3-Niederlage in Wolfsburg wurde er in der 74. Minute ausgewechselt und kam danach in dieser Spielzeit nur noch zu einem Kurzeinsatz. Nach dem Urdinger Wiederaufstieg in die Bundesliga kam er in der Hinrunde nicht zum Einsatz, wurde jedoch in der Rückrunde der Spielzeit 1994, 95. zum Stammspieler im Mittelfeld. Am 19. Spieltag gegen den Hamburger SV leitete er mit seinem ersten Bundesligator zum 1-zu-1-Ausgleich den Urdinger 4-zu-1-Sieg ein. In der Saison 1995, 96. stand er in 32 Partien auf dem Platz, konnte jedoch den Abstieg des inzwischen umbenannten KFC Urdingen 05 nicht verhindern. Bis zum Ende der Saison 1997, 98. spielte er in Krefeld, ehe er seinem ehemaligen Trainer Friedhelm Funkel zum MSV Duisburg folgte. Im W-Dau-Stadion spielte Weau zwei Jahre in der ersten und eine weitere Saison in der zweiten Liga. 2001 wechselte er zum Zweitligisten L.A. Allen, bei dem er jedoch nur zu acht Einsätzen kam. Zur Saison 2002-2003 wechselte er in die Regionalliga Nord zu Rot-Weiß-Essen. Mit RWE stieg er 2004 in die zweite Liga auf, nach dem direkten Wiederabstieg ging er zum Regionalliga-Konkurrenten VfL Osnabrück. 2006 zog SWO nach Australien, wo er für Queensland Rohr in der Rallye spielte, jedoch aufgrund von Verletzungen nur zehnmal zum Einsatz kam. Im Sommer 2007 kehrte er aus familiären Gründen nach Deutschland zurück und schloss im Oktober einen neuen Vertrag mit seinem alten Uerdinger Arbeitgeber, der zu diesem Zeitpunkt in der Oberliga Nordrhein spielte. Im Sommer 2009 beendete er seine aktive Karriere bei den Krefeldern. Insgesamt kommt Weau auf 93 Spiele in der Bundesliga und 96 Einsätze in der zweiten Liga. 1992 wurde er mit der deutschen U-16-Auswahl auf Zypern U-16 Europameister. Zwischen 1995 und 1998 kam er auf insgesamt zwölf Einsätze in der U-21-Nationalelf. 1 0 0 0 Vielen Dank.